Die Schraßen wegschicken. Holz war noch interessant. Vielleicht ein Holz zum Nachsetzen oder zum Sichern, oder? Ja, das war gut, aber. Mal schauen. Mal schauen. Bumm. Noch muß! Aufmachen. Halt, ich hörte. Ich finde das schön... Marco, siehst du wie die Losverteilung der Cheese? Masse zack, siehst du Magen, siehst du schön und grogst für dich. Siehst du wie die Sonne und die Knabe aus? Vielen Dank.